Es ist Dienstag, der 7. Februar 2023 und wir haben gerade die neue Ausgabe Heiko Thieme Club aufgezeichnet und natürlich musste ich da zunächst die Frage stellen, Minus an den Börsen nach all den schönen Plustagen, gibt es da irgendeinen Grund für oder ist der Grund, dass wir vorher so viel Plus hatten? Das Letzte ist der Fall. Wir waren oder sind technisch überkauft, denn wenn wir das extrapolieren, was wir hier seit Jahresbeginn gesehen haben, dann würden wir uns ja verdoppeln beim DAX-Index am Jahresende und das ist eine zu schnelle Gangart, denn im Schnitt bringt der DAX im Jahresdurchschnitt 8% ein und das haben wir schon erreicht. Also insofern muss man hier etwas kleinere Schritte vornehmen, auch wenn wir in der stärksten Börsenphase sind, die seit November bis April immer die meisten Jahresgewinne bringt, auch in Deutschland und der Wohlstand insbesondere auf den Standard Plus 500 bezogen und deswegen ist es ganz normal, dass der Februar auch historisch gesehen der zweitschwächste Monat ist mit leichten Minuszahlen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir in diesem Monat etwas abgeben, aber einen dramatischen Einbruch, nein, den würde ich nicht erwarten. Ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel die 13.000 Mark ins Blickfeld bekommen, die 14.000 Mark können wir vielleicht mal ins Blickfeld bekommen, aber wenn wir sie erreichen, glaube ich auch nicht mal der Februar, wird ein paar Minuspunkte vielleicht bringen, aber das wäre es dann auch. Um dann nochmal weiter nach oben zu kommen, aufgrund einfach der Frage, was passiert konjunkturell, werden wir in einer Rezession, das haben wir heute übrigens nicht besprochen, weil wir uns immer lange damit beschäftigt haben, werden wir Zuhörerfragen gestellt von deiner Seite. Rezession ist meines Erachtens nicht notwendig. Wir können eine weiche Landung haben. Wir können das erreichen, was keiner bei den Notenbanken oder der USA fett zugetraut hat, auch Frau Lagarde. Die machen einen tollen Job aus meiner Sicht, das kann man bei mir in der Markbognose auch nachhören. Also ich gebe den Notenbanken ein klares Daumenhochzeichen, auch wenn viele Fragezeichen nach wie vor bestehen, aber das Jahr 2023 wird kein Katastrophenjahr, sondern ein Jahr der Erholung werden in vielerlei Hinsicht und das, was wir seit September gesehen haben, als Beginn einer neuen Häuser, kann sich in diesem Jahr, wenn auch unter erheblichen Fluktuationen, weiter fortsetzen. Ja, was wir stattdessen getan haben, du hast es gerade schon gesagt, ist, wir haben Clubmitgliederbeiträge besprochen. Es waren ja gar nicht nur Fragen, es sind auch Statements. Manche haben gesagt, dass vor allen Dingen die emotionale Hilfe auch, die emotionale Stütze und der Erfahrungsschatz eines Heiko-Teams ihnen gut geholfen haben. Aber wir haben natürlich auch eine ganze Menge konkrete Unternehmen besprochen. Manch einer hat nach Schieflagen gefragt, die er vielleicht schon lange im Depot hat. GE ist da so ein Beispiel, was man vielleicht nennen kann. Eine Aktie ist mir aber besonders in Erinnerung geblieben, damit sind wir nämlich eingestiegen und das war Vonovia. Vonovia ist ja gerade generell viel in der Diskussion, weil die ja einen Baustopp verkündet haben. Die Immobilienbranche ist generell unter Druck, selbstverständlich. Die Zinsen steigen. Ein Clubmitglied hat auch beispielsweise einen Immobilienfonds ins Spiel gebracht. Also will ich vielleicht diesen Immobilienbereich hier kurz auch noch ansprechen. Wie steht es um Immobilien bzw. bleiben wir bei Vonovia? Was hältst du von Vonovia? Die wurde bei mir empfohlen und diesmal, darf ich sagen, kann man ja auch nachvollziehen bei mir. Ich war, als sie die 20-Euro-Marke erreicht hatte und sagte, das ist für mich interessant, die Vonovia. Jetzt sind sie 30 Prozent gestiegen. Ich würde sie weiter halten. Also ich bin kein großer Freund von Immobilien, sondern als Anlage, weil das Wort schon sagt, dass sie unflexibel sind. Aktien sind leichter für mich zu handhaben, weil ich generell bei der Aktie eine Liquidierung des Portfolios vornehmen kann. Ad hoc in Sekunden, nicht wahr? Und kann auch kaufen. Wenn man Immobilien mal physisch nimmt, dauert das immer etwas länger. Aber Immobilienaktien sind interessant bei der Bewertungsphase und dazu gehörte auch die Novovia. Die jetzt bei mir, Novovia ist bei mir ein Wert, den ich jetzt im Portfolio halten würde. Aber ich würde ihn ja auf diesem Niveau von 26 nicht unbedingt auf der Käuferseite mehr haben. Wegen des bereits gemachten Anstiegs. Ja und alles Weitere. Ganz viele andere Aktien, die Clubmitglieder im Plus haben, die Clubmitglieder im Minus haben. Highflyer, Baustellen und wie deine Empfehlung ist, damit umzugehen, hört ihr alles in der neuen Ausgabe. Aber noch eine Zusatzfrage, wenn ich sagen kann. Ich glaube, wir zeichnen uns etwas davon aus, um uns jetzt loben zu wollen. Wir reden auch über unsere Schieflagen und ich vermisse das bei vielen anderen Anbietern, die immer vorgehen, dass sie nur Gewinne haben. Wir reden über unsere Schieflagen und man hat zwangsläufig, auch ein Warren Buffett hat Schieflagen, die teilweise dann zu Verkäufen geführt haben, zum Beispiel in der Flugzeugindustrie oder bei Fluggesellschaften, die am Tiefstniveau verkauft hat. Das muss man auch mal zugeben. Man kann von seinen Fehlern immer nur etwas nämlich lernen. Und das wollen wir auch mit unseren Clubmitgliedern nicht vorgeben, dass wir Weltmeister aller Klassen sind, sondern wir sind auch nur Menschen und versuchen uns, das Bestmöglichste aus dem Börsenalltag zu machen. Ich hoffe, jeder nimmt die Chance mal wahr und hört das an, was wir heute gerade angesprochen haben. Ja, ich will an der Stelle ein Schlusswort vorlesen, was wir auch als Schlusswort vorgelesen haben. Ein Clubmitglied sagt, danke für die profunden Analysen, auch wenn ich die Ansichten von Heiko nicht immer teile. Und das sehen wir auch hier in den Kommentaren, dass viele der Zuschauer die Ansichten nicht immer teilen. Auch wenn ich die Ansichten von Heiko nicht immer teile, helfen Sie mir in der persönlichen Anlageentscheidung und beim Sammeln von Erfahrungen. Und dafür gibt es den Club. Den Rest hört ihr auch genau da. Heiko, vielen Dank. Bitteschön. Bitteschön.